halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu green fall wir müssen wieder einmal durch den sumpf und jemanden besuchen die theologen muss ich hier noch was aufsammeln ich muss nach dem feuer muss ich also nach links gut hier lang und dann da ist eine truhe ich trage zu viel ich kann nicht sprinten ok ist ja auch jetzt nicht so schlimm ach da ja hier 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 This expedition was undertaken with no concern for common sense. We are not equipped to explore this type of place. Our people are disappearing, and all we have found are some forcified writings. Brother Virgil is terrified, which probably explains why he is being so disingenuous. We have made incredible discoveries, and we could find more. You are beyond redemption. I won't waste another second talking to you. If you want to talk to me, Your Excellency, it will have to be without her. How charming. Your Excellency, I hope you will forgive us for that... scene. My relations with Virgil have always been difficult, but ever since we arrived here, it has been unbearable. I'm afraid we may need an Arbiter. Before anything else, I need to know what has led to this situation between you. What would you like to know? For what reason were you quarrelling? The expedition itself, I'm afraid. Virgil was always against it, especially under my supervision. For him, our discoveries in Eden were sufficient. They confirmed what he wanted. The rest did not matter. According to him, we should never have continued. And when we found new tablets, it became even worse. Were they also written by St. Mateus? Without a doubt. The handwriting is the same. There are also some patterns, some islander symbols. It's fascinating. But what really angers Virgil is the content we managed to decipher. Our founder explains that he learned a lot from the islanders. Something our brother cannot accept. He now persists in saying that these tablets are fake. Forged by the natives themselves. Brother Fidelis told me that several members of the expedition have disappeared. Yes. That's why he left, along with Father Orbrokers, to fetch some help. Three more of our colleagues are missing. And I'm not even talking about the ones who fell ill. I must admit that I underestimated the hardships we would encounter. I made a mistake. I should have prepared this expedition more thoroughly. But Virgil's being disingenuous does not help. And no one has searched for those who are missing. I wanted us to search for them, but someone later convinced me that it presented too much of a risk. Along with lack of preparation, our constantly decreasing number, and creatures swarming the area. And by someone, I suppose you mean Brother Virgil. Indeed. I'm thankful for these pieces of information. But you understand that I will also have to talk to Brother Virgil. Of course, that's understandable. You must hear us both before you can make a decision. Hm. Wir müssen da noch mit jemandem reden. Ich muss gerade gucken, wie ich da hochkomme. Weil ich trabe zu viel Gewicht. Ist hier nicht irgendjemand, der mir was abkaufen mag? Ich muss da noch mit jemandem reden. Brother Virgil. What do you want? Can you explain to me what caused such a quarrel? The reason for it is very simple. It is Eugenia's folly. This woman should never have been the supervisor of our team. The discoveries made in Eden were sufficient, but no. She didn't want to stop the research. She organized this expedition in a hurry, without taking elementary precautions, and now she's accepting as facts the delirious writings we discovered on these tablets without doubting them for even one second. What do you mean? We found some new tablets, allegedly written by Saint Matthias. But their content is so absurd that they were obviously forged. I am certain that the natives must have found these stones before us and modified their content. How would they have done that? How would they have done that? The natives cannot write. They must have been helped by an unscrupulous settler. How would I know? Brother Fidelis told me that some of your colleagues went missing. Do you know anything about this? They did not go missing. They were killed. It was the wild beasts, the diseases, and let's not forget the savages. We can feel their presence, roaming around the camp at night. I am certain that they are responsible for the death of our colleagues. That's strange. There aren't many villages around here. We've been in this region before, and the only native we met was a little insane, but would have been incapable of killing several priests. Those savages may very well have been following us since our departure. We will not be safe on this island until it is entirely converted. I see. So, you haven't tried to find your colleagues. So we can die as well? I am not as crazy as Sister Eugenia. I cannot take sides in your quarrel for now. And, in any case, it is not what matters the most. Even if you think they are dead, we have to try finding your colleagues. Well, if you are prepared to take such a risk, I can only commend you for your bravery and wish you luck. But I would not get my hopes up. You should start by searching the excavation site. To get there, take the path south of here. But be careful. The creatures that roam the area are ruthless. Kein Problem. Wir brauchen... Oh, Gott. Jetzt kann ich immer nicht... Ja. Habe ich nicht irgendwas in der... Kann ich nicht da irgendwie... Ähm... Ach, ich laufe jetzt einfach erstmal weiter. Ich gucke jetzt erstmal hier. Warte mal hier. Warte mal hier. Da. Aber es ist so schwierig zu sehen, ne? Da. Ich glaube, da komme ich an dem Lagerfeuer. Super. So. Kann ich... Habe ich hier nicht irgendwo eine... Ich habe doch... Da. Ich wusste es. Ich habe eine Truhe. Hm. Ähm. Äh. Ah, hier. Genau. So. Truhe. Warte mal. 171. 178. Oh. Wegen der Mutter. Oh. Was ist mit Petrus? Ähm. Petrus kann die große Sense schwingen? Ne, doch nicht. Wollte schon sagen. Hä? Ich habe es verpasst. Okay, gut. Jetzt muss ich aber erstmal hier alles in der Dingenspackung. Truhe, 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 Truhe. Und Truhe. Und Truhe, 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 Truhe. Muss ich nachher irgendwie rausholen. Und dann mal. So. Ändern. Okay. Äh. Ist natürlich wieder so die Frage, wo fängt man an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Noch eins. Oh fuck ey. das habe ich überhaupt nicht die habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen ach ja ja hallöchen wuuh meine urinie Ist das jetzt deren Ernst? Jetzt kann ich die nicht untersuchen, weil mir das Dingens fehlt. Toll. Okay, wir sind jetzt hier runter irgendwie. Ja. Äh, ja. Los geht's. Ja. Geht zu meinen Held, und Geht zu den anderen! Ihr magick ist weg, take a Potion! May der Shadow engulf our enemies! Ihr werdet aus Energie, drink a Potion! Move weg, things are about to get dicey! May der Shadow engulf our enemies! Ihr magick ist weg, take a Potion! May the Shadow engulf our enemies! So, hier haben wir noch einen! Es sieht aus wie ein Knifewound! Alas! Anyone could have stopped this priest! Both natives and priests carry knives! Mhm. Okay, hier haben wir nicht nur Tier, sondern auch Messer. Ich denke, da ist auch einer mit für verantwortlich. Eigentlich unschwer zu erraten. Kann ich hier irgendwie durch? Geht das? Ja. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was ist denn da? Das stimmt. Das stimmt. Sie sind zwar gewalttätig, die Eingeborenen, aber sie sind nicht hinterhältig. Eugenia und ihre Recklosenheit sind zu blame für das. Ich glaube, jemand anderes ist für das. Diese Deaths sind nicht accidental, und zwar sie sind wie so. Die Savages? Der thirst für blood ist unquenchable. Ich wusste, wir sollten niemals kommen ohne an escort. Oh, Vergil, würde Sie bitte stopen uns für fools. Die Natives hatten keine Hand in das. Wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Das ist eine Angelegenheit. Das ist ein Angelegenheit. Das ist ein Angelegenheit. Sie haben mich auf diese Expedition gelegt, um die Erinnerung zu tun, dass die Erinnerung wir nicht in unserer Nation beurteilen würden, oder unsere Presence auf dieser Island. Aber die Tablets auf den Tablet sind eine heresie, eine gefährliche Manipulation. Kannst du was passieren, wenn es gesagt hat, dass unser Founder gehört zu den Teachings von den Natives? Aber dann, foolish Eugenia hat diese Erinnerung als die Wahrheit gegeben, ohne die Hesitation, ohne zu wissen, dass unsere ganze Nation könnte so sein, so ich wollte sie. Ich verstehe, dass Sie vielleicht wollen, Ihre Nation zu schützen, aber zu gehen so weit als zu verabschieden einige von Ihren Kollegen? Komm jetzt, was Sie tun, wenn Sie jemand beurteilen die Congregation? Sie können mir nicht glauben, dass Sie nicht beurteilen würden. Sie vielleicht haben bereits so gemacht, aber, als Sie wollen zu vermeiden, Ich habe mich für Eugenia entschieden, um zu gehen. Meine Kollegen und ich wissen, wie es durch diese Erkrankung ist. Und du bist beantwortet, natürlich. Es ist nicht wahr, dass diese Erkrankung des Erkrankungen könnten ein grosses Unfall in Taleme. Aber er hat keine recht zu entscheiden, was sollte oder nicht sein. Auf dieser Island, Cornelia sollte derjenige sein. Be careful mit Ihren Bekaufs, doch. Eugenia und ihre Kollegen sind auf der Seite. Wir wollen nicht, dass sie sich um sich zu töten. So. Noch mit der Schwester hier sprechen. Perhaps I should have listened to Brother Virgil. I doubt it. Brother Virgil is responsible for these deaths. He was hoping to blame the natives for them and discredit you. What? But why would he? He will have to answer for his crimes. As I do not have the authority to arrest him, I sent him back to Eden. If you want him to face judgement, you will have to report what happened to the Mother Cardinal. You are right. As soon as we get back to civilization, I will make sure that she hears about it. Once more, your help has been a blessing. Take this. Alas. We will have to go back to Eden as well. There are too few of us to continue the research. Were you hoping to discover more? Of course. This place was but a single step in St. Matthias' journey. The last tablets speak of a journey northbound, further up in the swamp. But even if Virgil is no longer a threat, we are not sufficiently well equipped to go there. We could go there for you if you wish. You just have to tell us where to look. That would be marvellous. Of course. You would have to start from the excavation site where he wrote this. I think I noticed a path going north when I was there actually. Look for any traces of life. Perhaps you will be lucky enough to find more of his writings. That would be fantastic. Don't worry. I will conduct this research and come find you here if I uncover anything. Okay. Ähm. Ähm. Dann kommen wir heraus, wo der Matthäus hingegangen ist. Müssten wir jetzt hier eigentlich nur zurücklatschen. Und. Ja. Das hat sich ja dann erledigt. Ähm. Dann könnte ich jetzt hier eigentlich nur zurücklatschen. Dann könnte ich da vorne rum gehen. Ich habe hier was entdeckt. Ja. Dann müsste ich da hinten bei den Viechern nochmal rum. Jetzt muss ich aber gucken, wo ich hier Werktisch, ähm. Wohne eben kurz gucken. Patronen, was ich da bräuchte. Munition bräuchte ich Wissenschaftslevel 2. So. Ich habe gerade Nachricht gekriegt, dass ich hier. Äh. Zwei Handwaffen. Genau. Hier ist nicht Wissenschaft. Okay. Äh. Talente 1. Wissenschaft 2. Intuition. Handwerk. Stärkeleistung. Stärkeleistung. Wissenshaft. 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 Level 2. So. Ähm. Jetzt kann ich nämlich Munition herstellen. 20 Mal Munition. Okay. Ähm. Was wollte ich noch? Ah. Genau. Ich kann die Sense jetzt benutzen. Müsste auf jeden Fall. Genau. Ich kann jetzt die große Sense oder das. Ja doch. Die Sense kann ich jetzt benutzen. ins Inventar. Ins Inventar. Dann das Inventar öffnen. Warte mal. Dann geht mein Magiering weg, ne? Schwere 2 Handwaffen. Voraussetzungen habe ich doch. Schwere 2 Handwaffen. Aber Kraft 4. Oh. Oh. Leco mio, ey. Okay. Aber ich glaube, wenn ich die Sense ausrüste, dann geht mein Magiering weg. Glaube ich zumindest. Weil ich dann keine... Weil ich müsste ja mit zwei Händen... Müsste ich ja... Ja gut. Ich... Nein. Oh. Jetzt bin ich da runtergelatscht. Das wollte ich gar nicht. Ähm. Weil ich glaube, ich kann nämlich nur eine Einhandwaffe und einen Magiering gleichzeitig tragen. Und eine schwere Einhandwaffe oder... Ähm. Eine Zweihandwaffe kann ich nicht mit einem Magiering tragen. Ich weiß es jetzt aber nicht zu 100%. Das müsste ich ausprobieren. Aber ich kann es ja jetzt grad nicht ausprobieren. Nein. Ich weiß es aber nicht zudem. Und es könnte ich auch nicht vergleichen. Ah. Ich weiß es nicht. Achja... Ich weiße nicht. Achja. Das stimmt nicht. Jγοene. Da hinten sitzt noch ein ganz großes Vieh. Ist das nicht mehr gelohnt? Achso, hier muss ich schon gucken. Da hinten ist was. Hier ist aber nichts mehr. Da kann man hochgehen. Da hinten ist nicht mehr gelohnt. Ja, das ist nicht mehr gelohnt. Jawolle. Hier finde ich nichts. Okay. Ja, warum nicht? Drei Minuten noch. Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Komm. Wir versuchen es einfach mal. Schönen guten Tag. Könnten wir nicht einfach nur miteinander reden? Magie hat sich gar nichts ausgemacht. Boah. 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 Boah, mein Gott. Boah, der will immer auf mich. Ich habe keine Zeit jetzt, um eine Potion zu trinken. Ich werde die Schäden eingeln. Wir gehen nicht. Wenn die Schäden eingeln, müssen wir verdämmen. Ihr hab an. Ich werde die Schäden in deinem Herzen genommen. Ich werde die Schäden eingeln. Mein Gott, mach den schwer weg hier! Hehehe, er will mich. Wie ist das? Wieso ist das immer so auf mich, warum bin ich nicht immer so auf mich fixiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme jetzt mit ihm reden! Wir haben irgendein Opferungsschwert oder so pünktlich fertig geworden. In 8 Sekunden läuft es ab. Alter Schwede. Okay Leute, ich muss mich bei euch verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.